Wer beim Essen auf Regionalität setzt, kann mittlerweile auch auf frischen Fisch aus Wien zugreifen. In Wiens einzigen derartigen Betrieb in der Donaustadt werden Fische gezüchtet und auch Gemüse produziert. Und das Ganze soll besonders umweltfreundlich sein. Dieser Wels ist nicht nur sehr schmackhaft, er düngt auch Gemüse. Aquaponik nennt sich diese besonders umweltfreundliche Form der Fischzucht. Das heißt, unsere Fische werden gefüttert. Die Ausschüttung der Fische ist die Grundlage der Düngung unserer Pflanzen. Das ist die Aquaponik. In diesen Becken wachsen Barsche auf. Sie sorgen mit ihrem Abwasser für die Düngung von 10 Tonnen Gemüse jährlich. Wir haben hier ein Fünf-Sterne-Hotel für Fische. Wir haben eine Indoor-Produktion. Es gibt hier keine natürlichen Feinde wie Fischotter oder Fischreiher, wie die Kollegen in der Teichwirtschaft. Die haben Verluste von minus 60 Prozent zu verzeichnen. Die Fische seien Schwarmtiere und hätten mit dem engen Raum kein Problem, sagt der Züchter. Auch Tierschützer seien einverstanden. Die Fische werden regelmäßig gefüttert. In der Fischproduktion werden für ein Kilo Fleisch ein Kilo Futter benötigt. Bei der Rindfleischproduktion im Vergleich kommen auf ein Kilo Fleisch zwölf Kilo Futter. Die Fischzucht sei daher weitaus umweltfreundlicher als andere Landwirtschaftsbetriebe, vor allem in Verbindung mit dem Gemüseanbau. Beide Systeme werden hier als geschlossener Kreislauf gefahren. Das heißt, im Vergleich zu einer konventionellen Landwirtschaft oder Biolandwirtschaft ist es so, dass wir bis zu 75 Prozent weniger Wasser verbrauchen und dass unsere Futtermittel direkt in die Pflanzenproduktion gehen. Diese Biofilteranlage ist das Herzstück des Unternehmens. Hier wird das Abwasser für die Gemüseproduktion in der benachbarten Gärtnerei aufbereitet. Diese hat im Dezember und Jänner allerdings Winterpause. Bis das Wasser wieder als Dünger verwendet wird, geht der Fischhandel jedoch weiter. In einem kleinen Abhofladen werden die Barsche und Wälse im Ganzen oder als Filet verkauft.